Ich fahre gerne mit dem E-Bike, um zu arbeiten. Da kann ich sportlich aktiv bleiben und wenn ich nach Hause fahre, kann ich so gut abschalten. Wenn ein Patient zu uns aufgenommen wird, hat er zuerst ein Aufnahmegespräch. Dann geht es mehrheitlich darum, wieso der Patient zu uns in die Klinik gekommen ist. Wir gestalten die Zusammenarbeit im Team so, dass einmal am Tag ein Hadel stattfindet, wo alle Mitarbeiter ihre Zufriedenheit Kunden geben können. Das kann man am Brett mit dem Magnet definieren. Ich kam auf einen Beruf, weil ich schon immer Menschen in einer schwierigen Lebenssituation zu einer besseren Lebensqualität helfen wollte. Ich kam auf die Solotonenspitälle, weil ich mein Horizont an Wissen vertiefen wollte und entschlossen habe, meine HF-Ausbildung in einer psychiatrischen Klinik zu absolvieren. Der Montagsmaler führt dazu, dass der Patient in einer Gruppe involviert ist, soziale Kontakte aufbauen kann und es ist eine Abwechslung im sonstigen Stationsaufenthalt. Bist du flexibel und sozial offen und hast einen wertfreien Umgang mit den Patienten, dann bist du bei uns genau richtig. Für mich ist alles gut! Es ist eine Frage.